1. 2. 3. 4. 5. 5. 9. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 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 die letzten beiden oben drin ja dann habe ich ich glaube der letzte geht in die mitte oder ich bin jetzt wieder sandwich ich will der als safen? Pistole oder was? afk lol der hat einen kill gemacht, der ist nicht afk alter der ist in der küche was im kitchen von beim spawn ich habe ihn da durchgelassen ich habe ihn trotzdem wohl auf den sack gekriegt es ist eine smoker, ich habe meine vergessen einer pusht von uns connector da wo kam die blender her connector down da ist noch einer da ist noch einer von uns da panel, ne? panel down B down oppe B oppe B ich stehe mitte da kommt doch irgendwann wieder über küche ey wie auch immer er es macht alter die mucke, warum ist die so laut? welche mucke? die siegesmucke, wenn die runde fast zu ende geht bei mir ist der zaun total lazy, muss man schnell losstehen ja, ich habe das bei mir auch nicht gehört haha gar nichts gehört hm 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 alt klang wie ein knatterfotz klang wie ein knatterfotz grenade throwing smoke einer ist mitte drawing flashbine ich guck, connectors connectors connectors, einer down ja, das war der bombe komm A der macht die der macht die schön lang oben throwing flashbine oh, das teammate reingelaufen von uns ja, ich habe ihn voll weg geflasht throwing a grenade deploying flashbine 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 hm du wirst schon mit warheld betitelt sehr lustig der letzte ich bin mit einem t spawn dass er nicht hinten rausgeht der ist palace oben ja ja hast du rausgekommen der hat die bombe der hat die bombe, der geht hinten ich gehe B der hat mich fast wir haben nur 7 hp ich verpiss mich wir haben nur 7 hp bist du noch oben drin oder hast du über einen spawn oben drin halt da keiner guckt palace da kommt palace raus er kommt palace raus ich brauche immer noch eine waffe jetzt hat der auch eine arme ich fass es nicht ja, der geht immer auf A das ist doch geschissen ich habe nur eine smg war noch einer mitte hat sich die arme geholt von dem oder was ist er wirft noch was weg throwing flashbine flashbine die ihr seid so ein paar idioten ranks, penis, kartoffelsuppe alter wo ist der? guckt jemand mitte? nicht, dass im eufp kurz den rücken läuft ne, ich guck hier weinkeller ich bin gerade am t spawnen ja, aber guckt bei uns in palace rum rein wo ist der? jetzt weiß keiner wo der ist ich gehe mal palace gucken palace ist er auch nicht bei dir, B den noch war da uh ja danke, ich habe gerade geträumt ist er onspot oder was? ähm nein nice egal ich dachte noch ich schieße sie an den rücken ich dachte noch ich schieße sie an den rücken er da jetzt haben drei mann eine arme oder was? äh schoko er soll einfach nicht so schlecht spielen da muss auch nicht fragen ich bin vielleicht für spät in der mitte jetzt guckt er mit seiner schwulen arme auf connectors ich drehe durch kann das sein dass bei euch äh mein keller ist eine ja da ist immer noch weinkeller, ich höre ihn am ende was ist ein weinkeller? äh tunnel da ist er ah da ist er einer B bombe B los B B B B crush B bomb has been planted sind am van und einer oben drinnen alter es sind noch zwei im leben drei leben noch man ah mensch noch einer oben B B B B B B B Mann ey haben wir immer noch zwei gelebt verdammt halt die B B B B jungen ey das hat auf B so lange gedauert dass wir eingeschlafen sind du bist ganz schnell ab träumen gerade und gibst hier nur Falschanweisungen nicht so gut ne ey naja ich stand da drei Minuten auf B ohne Gegnerkontakt ich möchte jetzt hier keine Entschuldigung hören he 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 brauchst du nicht ausschießen eigentlich aber ich geh trotzdem hin ich glaub dir ist mal Komsa das hört sich so an ich bin ich werde ich werde ich werde ich habe ich werde Da leben noch 4, ne? Ja War keine Frage Es ist immer noch B, ne? Mitte ist einer Oh, der hat eine A war, alter Ich krieg mich mit Farmas mit ihm an Bombe B Bombe down B Bombe B down Oh, ne Einer ist noch auf A dann Der letzte ist A Ganz zurück zum Spawn, glaube ich Wer hat die Awe geholt? Ja Habt ihr den immer noch bei A? Ich hab einen T-Spawn im Visio Ah, kann mal raus Habt mal Awe Ja Pranks Ich weiß noch mal nicht, wo ich meine Smoke entschmeißen soll Ich weiß noch mal nicht, wo ich meine Smoke entschmeißen soll Wenn er jetzt eine Awe hier durch die Gegend Dann Laying down Smoke Laying down Smoke Bitte frei Ganz viele Smokes irgendwo Ja, bei uns auf A B Was heißt das? B Flash B Flash Äh, zwei mindestens Ich komm nochmal Okay, dann guck ich bitte Throwing a Grenade Das macht keinen Sinn Oben ist einer Auch zwei B Fuck Throwing Fire Wir sind On-Spot Keiner noch raus On-Spot Das ist immer noch On-Spot Planted Ey, ich wär schon dreimal hops gegangen Oh, wo ist die Bobbe? Ich hab zweimal gehätschertet von einer Pistol, Alter Das ist so krass Ah, wir spielen Mach's doch nicht mal so gut, also Okay, was kann man machen, aber Gut ist alles Smoke Look aus B1 Sag mal was an B1 Mittestens Mitte war einer down Deploying Flashbang Throwing Flashbang Smoke Ah, das ist nütz Weinkeller einer down Wow, Weinkeller noch einer Fuck, Weinkeller hat mich Geht wieder hoch Einer noch B-House Ja, da könnte zwei sein Drei leben noch Flushbein 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 Mehr zurückhalten Falsch aussagen Also alle Hast du den Weinkeller nicht gehört? Bombe down Schau mal, Weinkeller Weinkeller war der letzte, könnte auf A gehen Aber wenn die Bombe down ist, geht zur Bombe Äh, die war mitte oben Der wär vor mir da gewesen, oder? Vor dir Der geht legen, der geht legen Der sprintet zum legen Schau, wir nehmen er Lauf nicht mit Messer Lass den nicht wegflexen Leg doch nicht, wo ist der? Weg Ah, da hat er ne Ava geholt, okay Ich hätte schwören können, der versucht's noch Halte dich zurück mit Falschaussagen Das ist was anderes, das war ne Spekulation Aber wenn man eindeutig die Info hat Wenn man einfach mal Tab drückt, dass noch zwei leben Und dann sagt, der letzte ist da und da Dann ist das einfach Ja, nur nach oben gucken, ja Wieder ein Autosniper, Alter Ist der durch Oh fuck, ich hab mir ne Smoke verworben Kommt Wasser Oben A Pallas 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 ist down Ob ein Keller war, was hat man als Smoke reingemachen Pallas ist noch was oben drin Pallas ist da vorne Aber nicht die Bombe dabei Noch einer Pallas Pallas sind da Pfeil 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 muss man halt B sein dann irgendwie B ist noch keiner A war am Spot Auf dem Spot steht da Welchen Spot? T-Spot Die spawnen dann aber, ne? Ja Auf dem Spot wäre ein Bombspot Ah, let's start Mitte ist der Mitte oben Immer noch Der könnte höchstens noch B gehen Der läuft nirgends von mir, der hat noch 2 Sekunden Wenigstens bin ich der Einzige, der gestorben ist Sinnlos Ich hab versucht den zu holen, weil ich mir dachte, er ist seine Habe weg, aber Den hol ich doch eklig in der Mitte Okay Ansage, oh oh, immer wenn ich eine Ansage mache Oh 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 oh, gefährlich Go 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 High Cyber Arms Ich hab ihn E einer Weinkeller, Weinkeller Er ist rausgegangen B Flash Super, meine Deckung ist weg Geil Was ist denn wieder? D einer Durch Der ist Van Der letzte ist hinterm Van Ich hab'n Kit für euch'n das her Ich hab'n mir bestimmt Ich hab'n direkt auf'n Spot gestorben und hab'n Kit bei Na das nenn' ich doch mal Team Bug